Ich war auf dem Weg zum Eine-Liebe-Festival. Hier, das ist mein Gepäck, Feuerstock, Kleider und hier Dingsda, wie nennt man das nochmal? Mit dem kann man Fallschirm springen. So, jetzt bin ich angekommen auf der Schwäbische Alb. Hier ist noch alles in Ordnung. Hier wird die Kehrwoche noch am Samstag gemacht. Hier wachsen die Kinder unbehütet auf. Hier gibt es feinstaubfreie Straßen. Ja, und hier hilft der Nachbarn Nachbar. So ihr Lieben, jetzt wurde ich abgeholt vom Mädchen für alles. Und wir fahren hier flott mit dem Auto mal zum Festival. Sehen auch schon die ersten Leute, die sich vom Dorfladen was zu essen geholt haben. Und es ist einfach luxuriös, luxuriös, im Auto zu fahren, solange es außen regnet. Ist die Wiese nass? Ja, ja. Ja, die Wiese ist nass. Leider. Ja. Dann schauen wir mal, wie es wird. Ne? Schauen wir mal. So, jetzt holen mich welche ab vom Kartell der Liebe vollgestellter. Jetzt gucken wir mal, wie lieb die sind. Hallo! 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 Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Nachdem ich so herzlich empfangen wurde und die Kamera noch funktionierte, bekam ich erstmal mein Taschengeld. Leute, ich hab´...Leute! Ich hab mein Geld schon gekriegt hier. Liebesgeld für meine Dienste, die ich noch nicht mal gemacht habe, mit den bezahlt mache ich auf dem Festival. Jo, das ist der! Check of an extra large mit meinem Mann Körferklaus auf meine Liedefestival und ich scheiße mit dir nix. Ich könnte nicht bis ganz zu ran, weil das geht alles hier rüber. Der arme Mischer! Freunde, ich habe gerade Pause. Wie ihr seht, ich habe das orangen T-Shirt an. Ich habe mein grünes vergessen mitzunehmen. Ja, bitte nicht. Ich habe auch kurz gedacht, ich hätte vergessen Konfetti mitzunehmen, aber das habe ich nicht. Ja, bin ein bisschen fertig hier. Was weiß ich, sieben Leute habe ich angesagt und es kommt noch mal sieben. Die Sonne ist gerade noch da. Ihr seht da hinten. Schön. Hinter mir ist das Zelt. Das ist noch ganz nageneu. Das habe ich bei Decathlon gekauft. Kann man nur einfach hinwerfen. Nix macht es. Mach doch mal was hier. Zelt. Mach was. Mach doch mal was. Es macht gar nichts. Ey, werf dich doch jetzt mal endlich hin. Zelt. Nein. Ey, was ist der los? Was ist der los hier mit dem Zelt hier? Was ist der los? Was ist der los? Was ist der los? Ah. Das Zelt steht. Okay, hier ist der Körper Klaus. Hoffe ich ein paar Wörter raus. Denn wir sehen hier ein bisschen Backstage. Immer vorne mit dabei, wenn zum Rap geht. Yo, Quam Isser aka Blackstizzer. Heute mit Körper Klaus am Bodensee. Eine Liebe Festival. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Es war Todeslid. Ich habe hier gerade auch das fette T-Shirt an von Körper Klaus. Ich hatte den heißen Merch. Sie ist auf jeden Fall an. Und ja man, bless up. Bis zum nächsten Mal. Oh ja, das Eine Liebe Festival ist jetzt zu Ende. Ja, war voll gut. Hat mir auch voll gefallen. Ich komme bald wieder. Nächstes Jahr freue ich mich richtig. Ich auch. Bis dann. Ähhh. Sportlich, Sportlich. Jooo. Das ist so, wo mach dich, bis da vorne, da kannst du das Bierfeuer empfangen. Ich bin mit dem Mund voll genommen, man. Kran in Strel, Kran in Strel. Trust me, I'm an engineer.